Deutschland ist gar kein Staat. Deutschland ist eine GmbH. Habt ihr das schon gehört? Ist gar nicht so selten. Gibt ganze Bücher. Wir haben hier einen ordentlichen Giftschrank in der Projektwerkstatt mit einer Menge von Literatur aus dieser Szene, die eine ganze Menge sehr einfacher Welterklärungen haben. Eine, Deutschland ist eine GmbH. Das ist übrigens sehr einfach, das zu widerlegen. Und ich mache das mal so, wie ihr das auch machen könnt. Wenn also irgendein Mensch das behauptet, fragt ihr, ah, das habe ich noch gar nicht gewusst oder so, Deutschland ist eine GmbH. Woher weiß denn das? Jetzt ist meistens die Antwort, ja, das ist halt so und die ist auch eingetragen im Handelsregister. Ah, wo denn? Jetzt wird es schon eng. Also eine Reihe von Leuten wissen das schon nicht mehr, wo das eingetragen ist. Wobei ich mir so denke, wenn ich mich jahrelang mit sowas beschäftigen würde, hätte ich das ja mindestens herausgefunden. Gut, wer mal Literatur gelesen hat, gibt übrigens ganze Bücher darüber, wo nur drinsteht, dass Deutschland eine GmbH ist, dann heißt es meistens ja in Frankfurt. Gut, jetzt guckst du dann nach und findest keine BRD GmbH. Ja, sagen die Leute dann. Ja, die heißt nicht so. Die heißt BRD Finanzagentur GmbH. Ah, jetzt guckst du nach und findest die tatsächlich. Dann fragst du, sag mal, GmbH, ne, nach dem Gesellschaftsrecht ist ja so, dass in einer GmbH die Gesellschafter, manchmal ist das auch nur ein einziger, die Macht haben. Das ist doch jetzt die spannende Frage. Wenn die BRD eine GmbH ist, wer ist dann der Gesellschafter? Denn die haben ja die Macht. Und jetzt wieder. Große Augen, keine Antwort. Du wirst kaum noch welche finden, die diese Frage, wer der Gesellschafter der BRD GmbH, gut, dann zugegeben, nachdem man mal nachgefragt hat, BRD Finanzagentur GmbH, wer da der Gesellschafter ist. Und dann kannst du wieder sagen, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Du kannst dich doch nicht jahrelang damit beschäftigen und darauf deine Haupttheorie aufbauen. Und die Frage, wer Deutschland beherrscht, die hast du gar nicht geklärt. Schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, du klärst das mal selber. Und dann kommst du zu einem interessanten Ergebnis. Der Gesellschafter, der einzige Gesellschafter der BRD Finanzagentur GmbH ist die Bundesrepublik Deutschland. Und die BRD Finanzagentur GmbH ist nichts anderes als eine Firma, die sich geschaffen haben, kann man kritisieren, Privatisierung, Outsourcing oder sowas, einmal, die hat sich eine Firma geschaffen, um so ihre Schuldscheine und all diesen Krempel unter die Menschen zu bringen. Dafür ist die da. Und der einzige Gesellschafter ist die BRD. Und nach dem Gesellschaftsrecht kann eine GmbH nur existieren, wenn der Gesellschafter auch existiert. Und damit ist die Existenz der BRD Finanzagentur GmbH nicht ein Beweis, dass es Deutschland als Staat nicht gibt, sondern der Beweis, dass es Deutschland als Staat gibt. BRD Finanzagentur GmbH nicht ein Beweis, dass Deutschland als Staat nicht gibt, oder wie es Deutschland als Staat gibt, dann kann man die Erwerbinnen und Unternehmen einfach mal gepackert. Untertitelung des ZDF, 2020